Moin Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal zum Thema MuseScore 4. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie man externe VST-Instrumente und Effekte in MuseScore nutzen kann. Die Abkürzung VST steht für Virtual Studio Technology und eine VST ist eine Schnittstelle für Audio-Plugins, mit welcher man virtuelle Effektgeräte und virtuelle Instrumente in Musiksoftware wie zum Beispiel MuseScore 4 nutzen kann. Wir werden uns einige kostenlose VST-Instrumente und Effekte anschauen und uns anschauen, wie man sie in MuseScore 4 installiert. Außerdem werden wir uns mit der Kompatibilität von VST-Instrumenten in MuseScore 4 beschäftigen und zum Ende schauen wir uns dann an, wie man die installierten VST-Instrumente und Effekte in MuseScore 4 öffnet, verwaltet und nutzen kann. Bevor wir nun aber in MuseScore 4 mit externen VST-Instrumenten und Effekten arbeiten können, brauchen wir natürlich erstmal welche. Hierzu habe ich dir einige Seiten herausgesucht, auf denen du kostenlos VST-Instrumente bekommst. Für die jeweiligen Seiten ist das keine Werbung von mir, ich bekomme dafür kein Geld. Ich kenne diese Seiten jedoch schon länger und weiß, dass diese Seiten gute Lieferanten für kostenlose Instrumente sind. Die erste Seite für kostenlose VST-Instrumente findest du hier unter labs.spitfireaudio.com. Hier gibt es zur Zeit insgesamt 60 Instrumente, welche du alle mit der sogenannten Labs-App öffnen kannst und auch herunterladen kannst. Dazu kommen wir aber später. Hier werden ganz unterschiedliche VST-Instrumente geboten, zum Beispiel hier Vintage Keys, da können wir einmal reinhören. Klassische Synthesizer. Dann haben wir hier noch ein weiteres schön klingendes Klavier. Noch mehr Synthesizer hier unten. Ein bisschen was Experimentelles. Es gibt auch einige Schlagzeugmodelle hier. Und viele, viele andere VSTs. Wenn du meine MuseScore 4 Tutorial-Serie für Einsteiger durchgeguckt hast, dann hast du hier bestimmt auch schon das ein oder andere Instrument heruntergeladen. Zum Beispiel die Mandoline, welche wir in der Tutorial-Serie ja benutzen. Ich versuche sie gerade zu finden. Ist im Moment nicht auffindbar. Charango ist auch ein ganz nettes Instrument. Hören wir da nochmal einmal rein, bevor wir zur nächsten Bibliothek kommen. Ja, auch eine ganz nette VST. Kommen wir zur nächsten Instrumenten-Bibliothek. Ebenfalls auf spitfireaudio.com findest du das BBC Symphony Orchestra und zwar in der Discover-Version. Discover ist die kostenlose Version, wie man hier sieht, für 0 Euro. Man muss sich lediglich hier auf der Seite anmelden. Und dann werden die Rechte für diese Version auch wieder über die Labs-App verwaltet. Die BBC Symphony Orchestra Discover-Version, die kann eine Alternative zu den MuseSounds im orchestralen Raum sein. Manche Instrumente funktionieren hier in einigen Gegebenheiten besser. Andere funktionieren dann wieder schlechter. Da ist MuseSounds dann wieder besser. Das muss man dann individuell entscheiden, welche Bibliothek man nutzen möchte. Das hier ist aber eine ganz nette Alternative. Weiterhin gibt es von dieser Orchester-Bibliothek natürlich auch noch kostenpflichtige Versionen. Die habe ich aber nie ausprobiert, weil ich persönlich eine andere professionelle Orchester-Bibliothek nutze bei mir zu Hause. Zu guter Letzt habe ich dir neben einigen VST-Instrumenten natürlich auch noch eine Seite mit VST-Effekten herausgesucht. Und das sind, glaube ich, die besten kostenlosen VST-Instrumente, die man zurzeit finden kann. Diese kannst du dir auf der Seite melderproduction.com herunterladen, und zwar unter Effects und dann Free. Hier sind einmal alle Effekte aufgelistet. Equalizer, Kompressoren, Flanger, Loudness Analyzer und so weiter, was man denn eben braucht. Und diese sind, wie du siehst, alle kostenlos. Man kann sie sich einzeln herunterladen. Oder eben unter Bundles kann man hier auf das M3FX Bundle gehen. Und sich hier dieses ganze Bündel kostenlos herunterladen. Und damit dann in MuseScore 4 oder seiner Digital Audio Workstation gleich loslegen. Bevor wir uns nun anschauen, wie wir die angesprochenen VST-Instrumente und Effekte installiert, noch einige Worte zur Kompatibilität von VST-Instrumenten mit MuseScore 4. MuseScore 4 ist nur kompatibel mit VST3-Plugins. VST1 oder VST2 funktionieren in MuseScore 4 nicht. Um die dort nutzen zu können, müsste man dann noch ein weiteres Drittanbieter-Plugin nutzen. Das würde das Video heute ein bisschen zu kompliziert machen, das zu zeigen. Und für Linux gelten auch noch einige Ausnahmen. Dazu könnt ihr hier unter Home, MuseScore 4, Handbook und Sound & Playback auch nochmal weiteres lesen, wenn ihr hier auf Linux VST3 klickt. Die meisten sind aber wahrscheinlich Windows- oder Apple-Nutzer. Daher gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht tiefer in Linux ein. In der Beschreibung zu diesem Video packe ich dir aber auch nochmal einmal diesen Link herein, falls du Linux-User bist. Um sowohl das BBC Symphony Orchestra von Spitfire Audio zu installieren, als auch die Labs-Instrumente, die wir uns ganz zum Anfang angeschaut haben, brauchst du die Spitfire Audio App, die du unter Spitfire Audio Library-Manager herunterladen kannst. Dort dann für Mac oder für Windows, je nachdem welches Betriebssystem du hast. Und nach der Installation dieser App kannst du in der App dann die jeweiligen VST-Instrumente herunterladen, die du herunterladen möchtest. Das FreeFX Bundle von Melda Production lädst du ganz einfach runter, indem du hier auf Free Download klickst, auf der schon angesprochenen Seite. Link dazu in der Beschreibung. Und dann musst du nur noch die heruntergeladene Datei installieren. Und nach der Installation sollten dir die Plugins dann auch schon im MuseScore, im Effektreiter zur Verfügung stehen. Das schauen wir uns gleich nochmal an, nachdem ich die Spitfire Audio App installiert habe. Hier habe ich nun einmal die Spitfire Audio App installiert und geöffnet. Und du siehst schon unter My Products, meine Produkte, dass ich hier das BBC Symphony Orchestra in der Discover-Version habe. Hier würde ich jetzt, wenn ich das Ganze noch nicht heruntergeladen habe, auf das Produkt klicken und es installieren. Und dann steht mir auch schon die BBC Symphony Orchestra VST-Datenbank zur Verfügung. Und sobald ich MuseScore dann starte oder eben sowas wie Cubase oder Logic, kann ich dort auch dann diese Spitfire Audio BBC Symphony Orchestra-Datenbank öffnen. Möchte ich Labs-Instrumente herunterladen, dann klicke ich hier oben auf den Reiter Labs und finde hier alle Instrumente, die ich gerne installieren möchte. Einmal aufgeführt. Ich kann hier auf Not Install klicken und kann dann jeweils Instrumente auswählen, die ich gerne installieren möchte. Außerdem kann ich mir hier auch alle Instrumente anzeigen lassen, die ich installiert habe. Und wenn es Updates zu den Instrumenten gibt, dann findest du diese hier unter Updates. Ich gebe dir an dieser Stelle nochmal den Tipp, alle Audio-Programme zu schließen, so auch MuseScore 4, während du hier diese Spitfire Audio App geöffnet hast und VSTs herunterlädst, weil es ganz gerne mal zu Fehlern kommt, wenn MuseScore geöffnet ist und du hier was Neues runterlädst. So war es jedenfalls bei mir. Also erst die Sachen herunterladen, wenn es komplett ist, schließen und dann kannst du MuseScore öffnen und MuseScore sollte in 99% aller Fälle automatisch die VSTs erkennen und auch schon in MuseScore geladen haben. Nachdem alle VST-Plugins, alle Effekte und alle Instrumente heruntergeladen und installiert sind, kannst du so wie ich MuseScore 4 starten und MuseScore 4 sollte dann automatisch die VST-Plugins erkennen. Wie findest du das Ganze jetzt? Du findest die VST-Plugins natürlich über das Mischpult. Die einzelnen Instrumente findest du unter dem Reiter Klang hier jeweils. Das würde man jetzt hier für das Klavier zum Beispiel auswähren, statt Grand Piano würden wir dann einmal bei VST 3 gucken. Hier findest du auch schon andere Sachen, die ich auf meinem PC installiert habe und unter Spitfire Audio findest du dann das BBC Symphony Orchestra und eben diesen Labs Player. Möchtest du keine VST-Instrumente hinzufügen, sondern VST-Effekte, dann gehst du hier auf Audio Effects und klickst hier drunter auf dieses Dreieck und dann findest du unter Melder Production die von dir installierten Audio-Effekte. Hier zum Beispiel ein M-Equalizer als Equalizer. Um eben eine Spur besser abzumischen, gucken wir uns gleich an. Erstmal die Instrumente. Damit wir die Funktion der Instrumente einmal überprüfen können, habe ich hier oben einmal eine Akkordfolge ausnotiert mit Akkord-Symbolen und wenn du MuseScore schon öfter benutzt hast, dann weißt du, dass diese Akkord-Symbole wiedergegeben werden, wenn ich jetzt die Leertaste drücke. Soweit so gut, das ist nichts Neues. Im Mischpult siehst du, dass wenn Akkorde eingegeben worden sind, dann siehst du hier eine Spur Akkorde Piano. Natürlich kannst du dieser Spur auch statt dem Grand Piano eine andere VST zuweisen und anhand dieser Akkord-Spur wollen wir jetzt mal die Plug-Ins testen. Normalerweise könnte man natürlich hier eine Instrumentenspur aufmachen, einfach ein Instrument ausnotieren und dann die Instrumente testen. Ich nutze dafür jetzt aber diese Akkord-Spur. Was ein ganz guter Tipp ist, wenn du einfach mal da sitzt und auf eine bestimmte Akkordfolge einfach üben willst und das Ganze als Jam-Track oder Improvisationstack nutzen willst, dann kannst du dich eben dieser Akkord-Spur bedienen und kannst hier dann auch VST-Instrumente für benutzen. Testen wir doch einmal das BBC Symphony Orchestra. Unter VST 3, Spitfire Audio und BBC Symphony Orchestra klicken wir einmal drauf und dann haben wir auch hier schon die VST-Instrumenten-Bibliothek geladen. Wir können jetzt hier über eine Liste jeweils auswählen, welche Orchestergruppe wir hier nutzen wollen für diese Instrumentenspur. Einfacher ist es natürlich hier über diese visuelle Übersicht und hier finden wir dann alle möglichen Orchestergruppen. Die ersten Violinen, die zweiten Violinen, die Violas bzw. Bratschen, Jelly und Bässe, die Streicher also alle in grün. Hier vorne haben wir ein Klavier. Dann haben wir hier hinten die Blechbläser in rot, dann die Holzbläser in blau. Hier hinten haben wir dann auch nochmal Blechbläser, Hörner und dann haben wir hier hinten die Percussion, die wir auswählen können. Nehmen wir doch einmal die ersten Violinen und hören uns jetzt mal diese Akkordfolge an, um zu testen, ob das Ganze funktioniert. Und wie du hörst, funktioniert das Ganze. Wir können natürlich hier auch Pizzicato wählen, und dann klingt das Ganze so. Eben gezupft. Testen wir das Ganze nochmal für die Jelly durch, bevor wir zum Lapsplayer kommen. Soweit so gut und somit bittet dieses BBC Symphony Orchestra eine Alternative zu den gewohnten Mew Sounds Orchesterbibliotheken. Testen wir als nächstes ein VST-Instrument aus der Lapsbibliothek. Da klicke ich hier einmal auf Laps, öffne den ganzen Lapsplayer. Nehmen wir doch einmal dieses Instrument und geben es wieder. So, ich stelle das Ganze jetzt ein bisschen leiser, damit wir uns angucken können, wie wir unsere Audioeffekte importieren können. Hier gehen wir auch auf AudioFX, Melder Production, und dann öffnen wir, um zu testen, ob alles funktioniert hat, einmal den M-Equalizer und dann sehen wir, dass wir hier auch unseren Equalizer haben. Das Ganze habe ich jetzt natürlich im falschen Kanal gemacht. Ich mache das da, wo der Lapsplayer läuft, Melder Production, M-Equalizer und hier sehen wir jetzt unseren Equalizer. Und das Coole am M-Equalizer ist, dass hier auch gleichzeitig noch ein Analyzer mitläuft, dass wir also sehen, was frequenztechnisch über das ganze Frequenzspektrum von 20.000 bis 20.000 Hertz abläuft in unserer jeweiligen Instrumentenspur. Den Analyzer können wir hier auch ein bisschen feintunen, indem wir hier auf Settings klicken und dann können wir hier über Smoothness den Equalizer ein bisschen weicher machen und die Durchschnittszeit, über die er hier die Durchschnittswerte für die Kurve macht, auch ein bisschen höher setzen. Dann erfahren wir hier ziemlich genau, wo wir zum Abmischen hingehen wollen und was wir hier bearbeiten können. Ja, und das war auch schon das Wichtigste, was du wissen musst, um VST-Instrumente in MuseScore 4 zu nutzen. Noch an dieser Stelle ein paar kleine Infos zum Kanal. Hier sind in letzter Zeit jetzt sehr, sehr viele MuseScore 4 Videos an einem Stück rausgekommen. Natürlich kommt auch wieder Musiktheorie. Ich plane jetzt aktuell und nehme auf, an einer Anfänger-Tutorial-Serie wirklich vom ersten Schritt an in die Musiktheorie rein zum Fortgeschrittenen, weil viele von euch geschrieben haben, dass es zwar sehr, sehr viel Fortgeschrittenes Zeug auf meinem Kanal gibt zum Thema Musiktheorie, dass es als Anfänger aber schwierig ist, sich da zurechtzufinden. Deshalb mache ich nochmal eine komplette Anfängerreihe wirklich strukturiert mit Teil 1, Teil 2 und so weiter, bis die grundlegende Musiktheorie dann drin ist. Nebenbei gibt es natürlich auch weiter fortgeschrittene Videos zur Musiktheorie, immer mal wieder Videos zu MuseScore, vor allen Dingen, wenn neue Updates rauskommen und demnächst wird auch eine Anfänger-Serie zum Thema DAW und digitale Musikproduktion rauskommen. Klick an dieser Stelle gerne auf Gefällt mir, wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.